Gut leben im Revier. Unter dieser Überschrift stehen zahlreiche Bemühungen der Kommunen im Umfeld des aktiven Bergbaus im Osten des Burgenlandkreises. Eine Zukunft für die ganze Region, die Menschen und auch für die wirtschaftlichen Entwicklungen. Da, wo der Tagebau Infrastruktur nimmt, da muss an anderer Stelle Ersatz geschaffen werden. So verhält es sich auch mit den wichtigen Verbindungsstraßen zwischen den Städten Hohenmölzen und Lützen, sowie deren Anbindung an die Autobahn A38. Seit Jahren bemühen sich die Kommunen, der Landkreis sowie die MIPRAG gemeinsam um eine nachhaltige, leistungsfähige Verkehrsstraße zwischen der L191 bei Hohenmölzen und der L189 in Richtung Lützen. Die Vorbereitungsmaßnahmen sind längst angestoßen, die Planungen weit vorangeschritten. Nun geht es um die Finanzierung. Am letzten Donnerstag hatte Harry Linau, Mitglied des Landtages, hochrangigen Besuch aus Magdeburg mit in das Rathaus nach Hohenmölzen gebracht. Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Frau Dr. Tamara Zischank, erkundigte sich nicht zum ersten Mal zu diesem Infrastrukturvorhaben im Süden Sachsen-Anhalt. Die Bürgermeister Andy Haug und Dirk Königke ließen in ihren Ausführungen keinen Zweifel daran, dass sie die Straße als existenzielle Lebensader für die ganze Region sehen. Staatssekretärin Zischank stimmt den Ausführungen zu und ermunterte die Kommunen, zeitnah einen entsprechenden Antrag bei der Investitionsbank zu stellen. Nachdem die MIPRAG bereits einen sehr großen Finanzierungsanteil avisiert hat, könnten mit Mitteln der Wirtschaftsförderung weitere Finanzierungslücken geschlossen werden.